Ihr seht, wir haben unsere Studiogäste jetzt hier. Erstmal, ihr könnt wieder selbstverständlich live in der Sendung anrufen. Und jetzt erstmal zu den Gästen. Wir haben hier die Helen, den Markus und die Anita von Mutabor. Welche Kamera ist denn überhaupt an? Die zwei? Ja. Und natürlich Martin Münchenberg, wie schon angekündigt, Pressesprecher, Bündnis Hanfparade. Genau. Gut, fangen wir an mit Mutabor. Stellt euch mal vor, was macht ihr? Musik, was kann man sich darunter vorstellen für die Leute, die euch noch nicht kennen? Also landläufig wird das immer als Blockflöten-Punkrock subsumiert, was wir da so machen. Aber da sind durchaus noch andere Faktoren im Spiel. Ich muss mal etwas musikwissenschaftlicher auszurücken. Welche denn? Naja, ein bisschen Ethno noch, ein bisschen Reggae, ein bisschen Disco. Techno-Folk? Ne, Techno vom Tempo ist es durchaus Techno-Haus, aber nicht vom Sound. Mhm. Was habt ihr für Instrumente so am Spielen? Hört sehr interessant an. Ja. Ja, also ich spiele Flöte, Klarinette, Saxophon und so andere kleine Sachen. Drehorgel, Sackpfeife. Und dann spielt auch noch Heddy bei uns und spielt Geige und Marco spielt Gitarre. Dann haben wir noch einen Bassisten, einen Schlagzeuger und einen Sänger. Und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen oder in welchen dunklen Ecken hat sich diese Idee ausgesponnen, so eine Musik zu machen? Das ist ja ziemlich ungewöhnlich. Ihr seid ja junge Leute, so vom Aussehen her jedenfalls noch. Und wie kommt man dann doch oft am Blockflöschen? Da sind alle gerifft. Das sind eigentlich sogar 55. Im Schnitt, die kommt man dann auf die Idee, Blockflöschen am Kopf zu machen. Also das war früher fast eine reine Folk-Kombo. Also da war noch kein Schlagzeug und kein Bass mit bei. Und dann haben wir irgendwie so Lieder gesungen aus so alten Liederbüchern. Und später sind dann neue Lieder, also hat unser Sänger dann angefangen eigene Lieder zu schreiben. Und dann hat sich das eine vergrößert. Also wir haben irgendwann ein Schlagzeug mit reingenommen. Dann wurde schon mal pöppiger und dann noch ein Bass. Und so entwickelt sich das irgendwie immer weiter. Und dann waren irgendwann so viele Städte miteinander vereint. Das ist ein langes Wort, wo dann? Wie die Musik zu dich. Ihr seid zu Gast live bei der Hanfparade. Wie seid ihr da rangekommen oder seid ihr dazu gekommen, Zug zu Hanf? Zu Hanf? Also Hanf ist ja allgemein in der Wissenschaft bestätigt und sehr populär. Momentan. Zwar nicht bei allen Politikern unbedingt in Deutschland. Sprich auch natürlich in Berlin bei Herrn Diebken zum Beispiel. Meine Botschaft an dieser Stelle ist Welt Hanf. Hier zu sehen auch nochmal ganz wunderbar das ist das Hanfparade Base Caps. Hat keiner drauf, aber... Cheap, sagt man ja eigentlich. Und wie sind wir zur Hanf gekommen? Naja, wir sind ja größtenteils eigentlich universitär geprägt vom Hintergrund. Und irgendwann hat sich das halt rumgesprochen an der Uni, dass Hanf gesünder ist als zum Beispiel Alkohol. Und seit dieser Zeit konsumieren wir und propagieren wir den Hanfkonsum. Auch ohne THC. Als Müsli oder wie auch immer. Sehr lecker. Oder Hanfbier. Hanfbier gibt es auch. Sehr leckeres. Haben wir denn schon einen Anruf an der Leitung? Ne, wir haben noch keinen Anruf an der Leitung. Hast du Ton? Ja, ich habe keinen Ton. Ne, gut. Machen wir mal weiterhin... Gut, da ist kein Anruf an der Leitung. Machen wir weiter in unserem Interview hier. Ihr werdet nächste Woche als wievielte Band auftreten? Als Erste. Als Erste. Wieviel Uhr wird es sein? Ja, da hat es zu sagen. Ich habe gedacht, als kleiner Infotipp für unsere Zuschauer, die bestimmt wieder zahlreich reingucken und ganz heiß drauf sind, die Bands dann auch zu sehen, die sie heute präsentiert kriegen auf der Hanfparade. Tja, 16 Uhr. Gleich als Erste. Mutterboa liegt los und dann wird die Stimmung nicht mehr nachlassen, hoffentlich. Sag mal, ihr lieben Mutterbooristen. Wie kommt man denn so als Band? Klar, ihr seid Konsumenten. Aber wie kommt man denn dazu, dann trotzdem auf so eine Hanfparade zu spielen? Habt ihr nicht Angst? Ihr kriegt so ein Stigma ab? Kiffer, Kiffer, Blockflöten, Punkro? Das ist ja auch durchaus explizit in unseren Texten nachzulesen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass eure Texte noch nicht gehört? Ja, naja, da gibt es teilweise so ein paar Stellen, wo es um sowas geht. Also um Hanfmüsli, Schweinwein und Hanfkerne rösten. Ne, das ist durchaus, stehen wir dahinter. Da haben wir auch keine Probleme mit. Hanf ist ja kein politisches Genussmittel. Naja gut, aber es wird ja oft zum Politikum gemacht, ne? Ja, ich sehe das von der Basis her eigentlich. Ich denke, dass bei der Hanfparade noch mehr dabei ist, als nur Hanf konsumieren, sondern einfach nur Spaß haben, tanzen und Party feiern. Und friedlich sein vor allen Dingen. Aber man sollte auch den politischen Hintergrund dabei beachten. Ja, das stimmt. Wenn man es jetzt konsumiert, ist es ja nicht so, dass man dann wirklich eine Partei unterstützt. Politisch denken tun eben manche Leute und manche Leute tun es nicht. Und mein Gott, das kann man sowieso nicht am Hanf festmachen, ob man da politisch denkt oder nicht. Das wäre ja schöner und sollten alle ein bisschen mehr Hanf brauchen, wenn man davon politisch denken lernen würde. So, jetzt sind wir wieder drauf und zwar ganz spontan die Frage. Es gibt tausend gute Gründe Hanf zu legalisieren. Nennt uns euren Lieblingsgrund. Genau, gute Idee. Also vielleicht gehen die Preise runter. Für Hanftextilien meinst du? Für Hanftextilien. Ja, Markus, dein Grund? Für Hanfsamen im Müsli. Und für die Hanfsamen im Müsli. THC hat durchaus angenehme Wirkungen auf das menschliche Bewusstsein und auch die Gesundheit, wie man eben auch hören konnte. Also medizinisch sehr wertvoll durchaus. Aber auch wenn man gesund ist, macht das wirklich sehr viel Spaß, muss ich dazu sagen. Ansonsten würde ich an Helen übergeben mit. Ja, vielleicht schmeckt das Brot besser und wann weiß es ja nicht. Und vielleicht kommen noch ein paar überraschende neue Geschmacksrichtungen dazu. Und überhaupt schmeckt alles viel besser. Oh ja, das stimmt. Das ist der Fall. Fressflash, das dürfte jedem bekannt sein. Und Martin? Da fällt mir ja bloß wieder dieses Mafia-Argument ein. Weil ich meine, wir hängen ja da leider nicht mit drin. Insofern würde ich sagen, gegen Mafia. Genau. Und für Staatseinnahmen. Und gegen Tabak und Alkohol. Es kommt drauf an, wer den Staat repräsentiert. Dann müssten wir doch eigentlich mit Herrn Kanter auf der vollen Linie sein, oder? Der ist doch auch gegen die Mafia, oder? Ja, offiziell. Theorie und Praxis, ne? Warum tun wir uns da nicht mit Manfred und wie heißt unser Schönbohm hier zusammen? Ich verstehe ich auch nicht. Der will nicht mit uns. Aber der Schönbohm müsste doch eigentlich als erster oben auf der Parade mitfahren. Auf dem Wagen. Ich denke bei der Love Parade. Ne, wie heißt sie? Love Parade. X7. X7. Da war doch der Schönbohm auch vorne mit dabei. Müsste das doch diesmal auch mitmachen, oder? Hat er mitgetan. Ja, der Schönbohm hat mitgetan. Ist nicht angezogen. Ich kann mir zum Beispiel unseren Innensenator auch nett vorstellen. In so einem Hanf-Outfit. Irgendwie gut gekleidet. Mit ein bisschen Hanf-Haar. Das wäre sicherlich eine gute Promotion. Aber meine, die können sie auch einen Anzug anhaben. Hauptsache die kommen mit. Ja. Genau. Dabei sein ist alles. Wir haben jetzt noch sieben Sekunden. Sagen dann Tschüss. Macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Wir rufen nicht zum Drogenkonsum auf in der Sendung. Aber... Schwelltranf. Genau. Legalisieren jetzt. Lange Ihnen noch schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.